Jetzt müssen wir noch eine Route beschreiten. Ich hoffe, das kriegen wir hin, das kriegen wir gebacken. Die Stimmung schwankt. Okay. Aufgedrückt, das hätte wieder eine Verzweiflung untereinander. Zwischengegner. Das hat mir gerade noch gefehlt. Höhenorg, du bist Lampengäst Höhenorg. Nein, Pharao. Pharao, schon wieder. Pharao, Höhenorg 2. Pharao, Höhenorg 2. Bleibt an. Komm, wir haben gerade eben schon ein paar Höhen und ein paar Trolle besiegt. Wir haben diese schweren Kämpfe erschafft. Dann kriegen wir auf diesen miesen Pharao hin. Ich bin Pharao. Ach, das habe ich vermisst. Der Pharao-Fluch. Ich bin Pharao. Den müssen wir mal in die Ruhezonen stellen. Der behindert uns nur. Kennen wir ja schon, wie das wirkt. Sich mal wieder erholen von dem Fluch. Alles in Ordnung. Sarah. Lässt sich zurückweichen. Ah, das ist gut. Oh nein, Blecki feuern. Nein, du siehst, ich tue nichts, sondern nur verlaust. Hör dich weg, als nötig. Als nötiger als du. Gut, gut. Gut, dass Blecki jetzt speziert ist. Und dann kann sie jetzt auch mal so und so in die Ruhezone. Haut rein. Und Sarah hält. Das ist auch sehr gut. Und da hat sie sich wieder geholt. Der Fluch ist gebrochen. Oh, wir haben ihn fast besiegt. Kommt schon. Greift ordentlich an. Dann können wir es schaffen. Auch ohne Ultra-Steuer. Bemerk ich gerade. Können wir es auch so schaffen. Passt völlig ohne Steuer. Das war doch mal nice. So in Zwischengegner ohne Steuer. Ohne Ultra-Steuer. Zumindest ein paar Steuer habe ich schon verwendet. Sarah, ich bin Frau. Nice. Da gibt es aber kein Foto von, oder? Foto von Dena, oder was? Ich dachte beim letzten noch nicht, aber mal sehen. Ich denke eher nicht. Feuer frei, los. Mega Feuer. Wir haben ihn geschafft. Nice. Hahaha. Gerettet. Einige Zwischengegner hier. Mal sehen, wer als nächstes kommt. Ich kann da ja schon mal so Vermutungen anstellen. Ich finde, bekommt den Bonus. Ist am niedrigsten gelevelt. Aber so werden wir auch gut trainiert. Für den Ultra-Boss-Kampf. Für den dunkleren Fürsten. Putz dein Fell, beruhige dich und komm wieder zu dir. Striegeln gelernt. Okay, alles klar. Herrschersuppe. 2 Sterne erhalten. Du, da kriegt der Ohr, sein Gesicht wird zurück. Nice. Wow. Warum habe ich nur so ein Pech? Es ist nicht schön, sein Gesicht zu verlieren. Der dunkle Verfolgungsstum muss weg. Mach ihn fertig. Ups, entschuldige den Ausbruch. Eigentlich bin ich doch jetzt hier viel zahmer. Pass auf dich auf. Recht, Höhenorg, hast schon recht. Wir müssen ihn besiegen. Wir müssen ihn bezwingen. Den dunkleren Fürst. Kann man auch mal so ein bisschen rumwettern. Dann kann man auch ein bisschen schreien. Besiegt den Höhenorg. Äh, äh, besiegt den dunkleren Fürst. Den Höhenorg werden wir auch besiegen. Und wenn er den Weg stellt. Zack. So schnell. Und weiter geht's. Fast nicht mehr erwartet. Dann kommt plötzlich der Rest des Teams daher. Hallo Sarah. Wieder vereint. So ein Glück, dass es euch gut geht. Das wäre dann auch mal wieder gemacht. Fast nicht mehr dran gelaubt. Ein Notfall. Oha. Putin hat sich eine Erklärung eingefangen. Pu-u-u-u-ti-n. Was wollt ihr? Ich will in das Zimmer von Finne gehen. Meine Schwester will in das Zimmer von Finne gehen. Okay. Sprechen. Sarah hat ein Geschenk gekauft. Gibt's nichts zu besprechen. Ich hab was für dich gekauft. Ich hab ein Geschenk für dich besorgt. Dann pack's mal aus, Finne. Was hast du da? Bild von Sarah. Naja, sieht nicht sehr lang aus. Bild von Sarah aus. Aber egal. Oh, wow. Finne freut sich. Ja, solange sich Finne freut. Ist alles in Ordnung. Und solange es eine nächste Beziehung gibt. Ist auch alles in Ordnung. Level 12. Guter Freunde. Zange im Griff gelernt. Ach, die jetzt auch. Na denn. Also auf. Abmarsch. Weiter geht's. Mit einem neuen, zusammengestellten. Ich mag Sarah. Aber Blacky findet Sarah ebenfalls toll. Da gibt's wohl eine Auseinandersetzung. Grrrr. Ah, ist irgendwas. Nö. Nein, nein. Super. Hm. Schon wieder zerstreitern. Das brauch ich jetzt gar nicht. Bööö. Monsterabon Star. Blowschmecken. Na denn kämpfen wir mit dem neuen Team. Diese Formel. Wir haben hier jetzt Becky und Donald und Sarah. Naja, neu ist das hier nicht. Hat sich bei mir eigentlich schon gewehrt, aber. Ja, was soll das? Sucht Schutz vor den Schnecken. Ja. Schnecken finde ich auch etwas ekelhaft. Kann man wirklich schon irgendwie so sagen, dass man Schutz vor Schnecken sucht. Und die Schnecke. So, die kriegen wir aber auch mal hin. Attacki. Volle Pulle. Heiß, heiß, heiß. Gleich. Nur ein paar Katzehäle. Naja, für Sarah. Hurra, Gummi-Ellen. Ja, ich weiß nicht, ob das ein Grund, um Hurra zu schreien ist, aber. Und. Weißt du, was mein neuer Vorsatz ist? Ich will all meine Waffen täglich polieren, damit sie immer schön glänzen. Oh, wow. Sehr vorbildlich. Ich habe mir auch was vorgenommen. Ich werde beim Einkaufen nicht mehr anschreiben, nicht mehr anschreiben lassen. Ich bezahle jede Rechnung bis auf das letzte G. Anschreiben kann man doch eh nicht. Wenn ich nichts zahlen kann, werde ich nichts kaufen. Ganz einfach. Okay, mach das. Dazu fühle mich nicht so gut. Geht's mir genauso. Bestimmt's nicht aushelfen. Eine Bo-Bombe. Und Blauschnecke A und Blauschnecke B. Und noch eine Bo-Bombe. Hier sind tatsächlich Bo-Bomben. Eine fiese Formel. Vielleicht kann ich da irgendwas ausrichten. Vielleicht ziehen die Bomben, wenn sie getroffen werden. Leute mit in die Luft. Ach, die Fahnen brennen runter oder was? Die zünden erst nach einer bestimmten Zeit. Und das wäre gut, wenn die wen mitreißen würden. Das finde ich immer ganz gut. Gute Bekannte. Helfen gelernt. Sucht Schutz im Panzer. Donald ist dran. Laser. Okay, da explodiert die eine und die andere auch. Und reißen. Ein Kinderspiel. Vor allem, wenn die Bomben explodieren. Die Bo-Bomben. Entschuldigung. Der Lampferzweggie. Hurra, Sudschnecken. Naja, hurra würde ich da nicht sagen. Ich muss mich ins Zeug legen. Donald ist dran. Was haben wir denn hier? Einen Hebel. Schalter ansteckt. Betätigen. Uiha. Da öffnet sich etwas. Ein Weg. Ein geheimner Weg. Zur Schatztruhe. Hurra. Was soll es? Ein Gasthaus. Weiterkommen. Tada. Putin hat sich wieder erholt. Nächste Beziehungsstufe. Das geht hier einiges schnell. Geht hier einiges sehr schnell. Jungmann gelernt. Wie wir weiterkommen. Da geht es weiter Abmarsch. Da oben kommt man nicht lang. Hier müssen wir jetzt erstmal den Weg nehmen. Okay, was haben wir hier? Eine Entspielmanale, wie es aussieht. Im Augenblick, da liegt etwas. Ein MP-Bonn-Bonn. Ich habe mich geirrt. Na denn. Mit dem MP-Bonn-Bonn weiter voran. In der Tat. In der. In der. In der Tat. Da haben wir Grübelforscher Gladio. Was hat der hier zu machen? Grübel, Grübel. So sieht es also oberhalb der Wolken aus. Hier oben fühlt man sich ja geradezu ermächtigt. Präset mich, ihr Normalsterblichen. Mwahaha. Okay. Ah, du schon wieder? Lang ist es her. Ich bin Gladio. Immer zu forschen bereit. Beeindruckend, dass du es bis hierher geschafft hast. Willst du vielleicht sogar noch weiter nach oben? Dann solltest du dich auf diesem Stockwerk genau umsehen. Es lohnt sich. Ganz oben scheint es an diesem Ort nämlich einen Schatz zu geben. Falls ihr ihn finden wollt, solltet ihr auch folgende Worte einprägen. Der Schatz hier oben ist privat. Außer du entdeckst den geheimen Pfad. Viel Glück. Man sieht sich. Na ja, ganz oben gibt es erstmal den dunkleren Forst. Da wollen wir nämlich hin. Das ist unser Schatz. Hier gibt es auch einen Schatz. Oder eine Falle. Nennt ein Schatz drei Spielscheine. Na ja, drei Spielscheine sind es jetzt nicht unbedingt ein Schatz. Aber was soll's? Das Gasthaus. Das ist auf jeden Fall ein Schatz. Da ruhen wir uns gerne aus. Und weiter geht es. Was haben wir hier? Öfter mal was Neues. Und eine Öffnung ist da auch wieder drin. Da können wir vorerst nicht weitere. Das sieht so aus, als bräuchten wir es, um weiterzukommen. Selbst suchen wir mal auf den Parallelwegen nach irgendetwas, das uns helfen könnte, durch das Tor zu kommen. Zum Beispiel ein Kristall. Das ist nur eine HB-Banane. Das sind drei HB-Bananen. Sorry. So, und dann kommt bestimmt gleich das nächste Monster auf Held. Nein, eine riesige Schatztruhe, was da wohl drin sein mag. Das Juwel. Nein, nur ein Herzchenkittel. Deswegen hat das Item erhalten. Ähm, ja, gut. Könnte ich mir bessere Kittel vorstellen. Ich frage mich, was Julian so wohl so mag. Und ein Monster, nein, drei Monster, gleich spinnen. Ha. Ekelhaft. Siegst sie mit viel so Formel. Ähm. Ja, dann würde ich mal sagen. Hilfe. Ja, und ich würde auch sagen, der nächste. Oh, er bringt mich zum Tanzen. Ich glaube, das ist Putins Rolle. Wir tanzen beide. Ich und Blacky. Was ich sagen würde, ist, dann geht es bestimmt nachher zum Juwel. Könnte durchaus sein, dass es gleich zum Juwel geht. Ach ja, ich lasse einfach mal weiter tanzen. Tanzen schadet nicht. Joach. Tanzt mal schön. Durch den Krieg getanzt. Äh, durch den Kampf getanzt. Der Krieg ist noch nicht beendet. Der Kampf ist gewonnen, aber der Krieg noch nicht. Komm jetzt nicht mit solchen Sprüchen, Smaggy. Und was haben wir hier im Gasthaus? Kein Schatz. Schale, das hätte ja das Jubiläum sein können. Oha. Zwei auf einmal. Babadabau. Gute Freunde. Der gebe ich auch noch kein Küsschen. Das macht richtig Laune. Hör einfach auf. Aufhören. Mit guter Laune. Mh. Mh. Waa. Sarah. Sie ist in ein Loch gefallen. Sie ist in eine Fallgubel gefallen. Lebst du noch? Natürlich geht es sie noch. Mir geht es gut. Aua. Geht schon mal vor. ja okay wir gehen schon mal vor treffen uns im gasthaus saati vorübergehend verlassen wir sehen uns im gasthaus okay okay und weiter geht es zu dritt bzw zu viert mit julien da haben wir zwei grönen und zwei tarantulas diese formel geht es gegen alle vier explosion okay alles in ordnung lecky kannst du stärken kommen das kriegen wir hier auch zu dritt die tanzt wieder soll sie tanzen julien hilft aus eine spielbanana diese formel kommt schon das kriegen wir hin die tarantula wurde besiegt nein nichts soll angreifen nein mich recht er nicht noch spinnen laser spinnen besiegt zwei ölen stehen noch ein paar spielstreuer geschenkt ein bisschen vom spielsteuer meine ich diese formel kommen erledigen wir sie sind nicht mehr stark da muss er nicht übel oder was ich hätte ewig so weitermachen können hurra spinnen sushi ba meine ich ba 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 sushi mach ich gar nicht bloß nicht kommen wir bloß nicht mit sushi weg damit ich gehe mal rechts lang rechts links mal sehen was wir finden wir erst mit einem jubel ein bombe eine bombe dann greifen wir sie doch mal an am besten zutritt das explodiert die bombe ja und bringt die anderen mit die bomben sind immer die besten gegner die die sind mir am liebsten die ziehen die anderen mit in den tod ein suizidattentäter oder was so eine schatztruhe juwel na sieht nicht mehr aus dafür ist er zu klein juwel truhen sind immer offensichtlicher na dann weiter geht's das haus und da sind wir wieder mal gasthaus zwei beziehungen wieder es geht hier nur so los mit beziehungen merkel quatsch putin und donald level 6 helfen gelernt ich war schon auf den tag oder echte freunde steht zwischen putin und trump ja da guckt blacky schon richtig das wär früh mal nie neues und dieser weg den haben wir noch der wäre noch vielleicht finden wir ja dort das jubel könnte sein wenn das der einzige überbleibende weg ist nur bomben hier nur bomben nein ich will natürlich nicht weglaufen hab aus versehen draufgeklickt diese formel bringen wir sie ja zu explodieren schon ganz früh explosion bam 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 perfekt so das war's wohl das ging schnell wenn wir 21 für donald hitzigen geschosse gelernt in den genossen nicht feuerre dreckig fette geschosse in die gegenereien drei fette genossen werden auch sehr schön die in die gegenereien zu feuern das würde ich auch gerne mal sehen radaugummi ok ich versuche nicht ich versuche mich zu konzentrieren nicht lachen ich komme runter jetzt nicht aus flippen zwerg und so lustig war es gar nicht dort habe ich jeden tag kürbeweiser spielmann hergestellt aber irgendwann kamen mir zweifel dass ich mich doch lang machen möchte was dass ich das noch lang machen möchte war das wirklich das leben das ich wollte und dann kam und dann kaum und kaum war mir dieser gedanke gekommen da hörte ich die eine stimme möchtest du großes vollbringen fragte sie ich kann dir uneiwesliche kraft verleihen die versprechungen dieser stimme waren so verlockend und so habe ich sie eröffnet die verbotene schachtel etwas schwarzes wog heraus und ergriff besitz von mir es war der dunkle fluch nur nahe meinen körper und verwandelte mich und so wurde ich der dunkle fürst naja erzählte von seiner sache als dunkler fürst den anfang habe ich verliebe überlesen aber gehört mir dazu hörst du mir überhaupt noch zu was klar man an fabrik furchtbar übrigens wer ist wer ist die person von der der dunkle fürst nun besitz ergriffen hat der große weise grong mein mentor ohnehin nicht er ausgerechnet er ist doch der große starke der große weise grong mit den objekkräften so voran aha du wirst also zeigen was du drauf hast dann zeigt das doch mal in diesem kampf zum beispiel diese formel wie schmeckt euch das hoffentlich lecker weil sonst kann ich auch nichts mehr für dich tun okay die schnecke hält etwas mehr aus zangenangriff besiegen wir auch die jo haben wir gemacht perfekto mundo das war es wohl sudschnecken die schmecken mir nicht so lecker mir ging es schon besser ein juwel würde ich gerne nehmen was haben wir denn hier ein schalter entdeckt betätigen hilft immer ein geheimer fahrt da gibt es wohl das juwel hurra es war aber zu erwarten dass wir es hier nicht sofort finden gasthaus dann einwohn mal dorthin aber erst mal übernachten erst mal schlafen erst mal ruhen bevor wir aufbrechen können und 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 und